Moin, Moin. Es ist Sonntag, der 15.09. 10 Uhr. Mir lässt es einfach keine Ruhe, dass wir gestern ganz knapp gegen den Boss verloren haben. Deswegen, ich habe aber auch meinen Fehler gesehen. Wir haben ja so knappe 20, 25 Sniper gebaut, auf höchster Stufe. Gut, das war ja ganz gut und schön, aber, ja, ihr seht es ja, Rang 4 haben wir. So. Deswegen machen wir das hier eben ganz schnell. Flasche Wasser ist am Start, falls es mal länger dauert. Ha, ha. Ja, die ersten 2-3 Runden sind eigentlich ganz entspannt hier. So, den stellen wir einfach mal so hin. Ja, wie gesagt, die ersten Runden sind hier eigentlich ziemlich einfach, der erste Boss. Dürfte auch jetzt eigentlich ganz schnell durch sein. Natürlich. So. 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 Ha ha! So, da wir jetzt noch ein paar Runden haben, mache ich hier nochmal die beiden Upgrades, brauche ich eigentlich nicht, na gut. Blop, 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 blop. So, ihr seht, jetzt sind wir eigentlich mega safe. Gut. Oh, ich habe sogar noch eine, sehr schön. So, ihr seht. 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 Ich weiß, ich hab noch keine Plantagen gebaut. Aber gut. So, ihr seht. So, 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 gut, so, 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 so,